Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich dachte, ich stelle euch heute mal die sechs Bücher, habe ich sechs Bücher? Ja, sechs Bücher vor, auf die ich mich dieses Jahr besonders freue, an die ich sehr, sehr hohe Erwartungen habe, weil sie entweder mega gehypt wurden oder sie mir von sehr guten Freunden empfohlen wurden oder weil ich den Klappentext und das Cover einfach extrem ansprechend fand. Und ja, es sind natürlich nicht alle Bücher, aber die, die ich jetzt gerade so aus meinem Regal rausgezogen habe, wo ich dachte, oh, darauf hätte ich jetzt auch Bock. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an und ich stelle sie euch nacheinander vor. Das erste Buch, was dieses Jahr auch rausgekommen ist und zwar Fire and Frost von Ellie Blake vom Eisberührt. Ich liebe, liebe, liebe dieses Coverjahr und als das erschienen ist, musste ich es auch sofort haben. Und ich habe bestimmt schon zwei Wochen vorher die Buchhandlungen unsicher gemacht, um zu sehen, ob das schon ausliegt, weil ich das einfach so wunderschön finde. Und ja, es ist schon fast Juni vorbei und ich habe es immer noch nicht gelesen. Aber ich finde, das klingt einfach so super spannend und es sieht so wunderschön aus. Und ich wäre so enttäuscht, wenn mir das nicht gefallen würde, denn der zweite Band, da haben wir das Coverjahr auch schon sehen können. Und ich weiß gar nicht, ob er auch dieses Jahr rauskommt. Aber ja, da freue ich mich sehr drauf und wahrscheinlich werde ich das aber eher Richtung Herbst lesen, weil ich finde, das passt da thematisch mir rein. Nächste Buch habe ich aus Biancas Bücherregal. Ich hatte das... Das nächste Buch habe ich aus Biancas Bücherregal, weil sie das nämlich schon zugeschickt bekommen hat. Und ja, ich werde es wahrscheinlich erst mal ihrs lesen. Und wenn es mir dann gefällt, werde ich es mir nachkaufen. Und zwar rede ich von Witchborn von Nicholas Bowling. Erinnert mich ein bisschen an Deca Rowling. Ich finde das Cover total schön. Und zur Frankfurter Buchmesse letztes Jahr wurde das ja vom Carlsen Verlag auch gesondert vorgestellt. Und ich fand, das klingt richtig, richtig, richtig gut. Es ist aus dem Chicken House Verlag, was ja zu Carlsen mitgehört. Und hier hinten drauf steht ja auch immer Lies Reihen, Seite 24. Also wo man halt spoilerfrei einfach mal reinlesen kann, ob einem die Geschichte zusagt, der Schreibstil etc. Und ja, finde ich super cool, auch wenn es 1577 spielt. Aber ich dachte, okay, davon lässt es dich jetzt mal nicht beeinflussen. Und es ging so gut alles rundherum. Vielleicht ist das wirklich was für dich. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es auch ein 5 Sterne Buch wird. Was schon super, super, super lange auf meinem Supply liegt. Wo ich aber weiß, dass es mir super gut gefallen wird. Aber ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was mich einfach davon abfällt. Vielleicht ist es die kleine Schrift. Dark Elements von Jennifer L. Armantrout. Und ja, nachdem ich ja die Obsidian-Reihe nicht so hundertprozentig gefeiert habe wie alle anderen. Aber alle sagen, dass das Buch viel, viel besser ist als Obsidian. Und dass es die beste Fantasy-Reihe ist. Und ja. Ich meine, ihr Schreibstil ist super. Aber ja, ich freue mich sehr drauf, weil ich finde, es klingt mit diesen Gargoyles und Lila und Dämonen, finde ich, klingt richtig, richtig, richtig interessant. Und ich denke, dass das auch eher was für mich sein wird als Obsidian. Und deswegen hoffe ich einfach, dass das eine super Fantasy-Geschichte ist, die mich mitreißen kann von Jennifer L. Armantrout. Das vierte Buch ist Chroniken von Jörg von Laura Ruby. Das ist, ich weiß gar nicht, ob das ein Einzelteil ist, aber ich finde, bitte, wie sieht das Cover aus? Ich finde das so wunderschön. Und ich kann, also ich kann einfach gar nicht ausdrücken, wie schön ich das Cover finde. Und als es gekommen ist, musste ich mir das auch sofort kaufen. Und ich meine, es hat eine Karte auf drinnen. Oh mein Gott. Ich finde es einfach nur wunder, wunder, wunderschön. Und das ist sogar, wenn man den Schuh zum Schlag abmacht. Ich liebe sowas. Also ich finde es richtig, richtig schön. Und ich hoffe, dass es mir auch inhaltlich sehr gut gefallen wird. Ich habe bisher auch nur Gutes bisher drüber gehört. Und ja, ich hoffe, das wird ein Fünf-Sterne-Buch. Ich könnte noch einige dieses Jahr gebrauchen. Jetzt kommen die Bücher, an die ich eigentlich fünf Plus-Erwartungen habe. Und zwar, okay, das Buch habe ich schon so oft in die Kamera gehalten. Und ihr wisst, dass ich es noch nicht gelesen habe. Obwohl ich eigentlich wissen möchte, wie es weitergeht. Und ich meine, es ist meine Queen, aber Lord of Shadows von Cassandra Clare. Das ist der zweite Teil. Und ich habe ihn immer noch nicht gelesen. Ich spare mir den immer noch auf. Ich glaube, im Oktober oder im Dezember kommt, glaube ich, der dritte Teil raus. Ich habe so Angst, ihn zu lesen. Ich weiß, dass der Band mich komplett zerstören wird. Und dass dieses Buch wahrscheinlich, keine Ahnung, 12 Millionen Sterne bekommen wird. Weil es einfach so, so gut ist. Ich erwarte von Cassandra Clare nichts anderes mehr. Und deswegen... Aber ich habe irgendwie Angst. Und ich möchte das nicht. Und ja, aber ich werde ihn wahrscheinlich... Mal gucken, wenn ich mal Urlaub habe oder so. Dieses Jahr werde ich den wahrscheinlich mitnehmen und da lesen. Und dann wahrscheinlich zwei Tage komplett durchlesen, dass ich die 800 Seiten durch habe. Und nur unterbrechen, um was zu essen. Und um duschen zu gehen. Obwohl, ich werde dann wahrscheinlich nicht duschen gehen. Ich werde einfach komplett 24 Stunden im Bett liegen. Nix tun, essen neben mir, das Buch. Selbst um auf Toilette zu gehen, werde ich dieses Buch mitnehmen. Und ja. Das letzte Büchlein ist noch nicht erschienen. Aber ich freue mich jetzt schon so, so, so darauf. Ich habe die Leseprobe gelesen. Fand es extremst klasse. Ich bin so froh, dass mir der Fischer-Palactis zugesandt hat. Weil Leute... Wow. Die haben das so angeteasert die ganze Zeit. Und ähm... Es ist Children of Blood and Bone von Tomi Adeyemi oder so. Und es ist einfach der Shit. Es ist so wunderschön. Es ist einfach eines der schönsten Bücher in meinem Regal. Und das Beste ist, dass es unter dem Schutzumschlag... Guckt mal, der sieht aus wie so ein Piratenbuch. Und hier an der Seite ist es so wunderschön. Ich sage euch, drinnen ist eine Karte. Da. Und Leute, dieser Schutzumschlag fässt sich so weich an. Das ist wie bei Witchborn. Es ist einfach so ein... Ich finde ihn einfach so toll. Es ist einfach... Ich freue mich so sehr auf dieses verdammte Buch. Und ich glaube einfach, dass man das... Ich kann nicht mehr reden. Dass mir das so, 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 so gut gefallen wird. Und ich freue mich auch auf die Verfilmung. Denn die Filmrechte wurden ja schon verkauft. Und ich glaube, es wurde auch schon gefehlt. Zumindest ein Teil. Soweit ich das irgendwie richtig gelesen habe. Und ja. Also deswegen denke ich, dass das auf jeden Fall ein 5-plus-Sterne-Buch wird. Und ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welches Buch ihr gelesen habt. Welches ihr super gut fandet. Und... Oder wo ihr denkt auch, das würde dir gefallen. Oder ja. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bye! Bye! Bye!